Das ist unser Schlafzimmer, den Philodendronen und Sandel in der Vorkau. Und bitte nicht in unserem Bett schlafen. So, das ist die Nummer von dem Haus in der Schweiz. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Was war das, bitte? Nichts. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, die sehe ich nie wieder. Andrea. Ich bin nicht die Andrea! Reveille du an Micha. Alter! Ich könnte mir nicht vorstellen, dich zu verlieren. Nichts, lieber. Ich auch. Anna! Tiere. A. Sturm. T. Tocke. Was? Tocke. Tocke. Vous avez tué, c'est un prémédi, bon appétit. Wie bin ich hergekommen? Ich hab was so absurdes geträumt. Was denn? Ich hab geschlafen, es war geregelt und dann hast du plötzlich die Tür aufgemacht und mich aus dem Auto gezerrt. Und mich umgebracht. Und mich umgebracht.